Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es ganz kurz nur um Kommentare. Kommentare sind was, was ihr dringend benutzen solltet, immer wenn ihr irgendwas programmiert, damit ihr den Überblick behaltet. Oftmals sind Kommentare in Hashtags drin oder aber in zwei Slashes. Es gibt auch die Schreibweise so, das ist dann bei HTML, aber normalerweise habt ihr eigentlich immer diese Schreibweise oder den Hashtag. So, wir nehmen jetzt diese Schreibweise hier. Was genau macht ein Kommentar? Also das sind zwei ganz normale Slashes. Was ein Kommentar macht ist, ich kann jetzt hier irgendwas schreiben, zum Beispiel kann ich schreiben, gibt mir irgendwas auf der Konsole aus oder so und dieses Kommentar wird jetzt komplett ignoriert von eurem Compiler. Das bedeutet, der Compiler ist tatsächlich das, was dann am Ende euer Programm umwandelt in Maschinencode oder was auch noch möglich ist, dass euer Programm interpretiert wird. Das bedeutet, euer Programm wird von oben nach unten einmal durchgelesen und das, was dann hier steht hinter dem Kommentar, also hinter diesen zwei Slashes, wird einfach übersprungen. Sprich, hier stehen zwei Slashes, also sagt euer Programm, aber bis zum Zeilenende kommt eh nichts Interessantes mehr. Ich bin jetzt hier bei der Ausführung, wo mein Cursor gerade blinkt, also gehe ich eins weiter. Es wird quasi einfach übersprungen. Und das ist sehr, sehr nützlich, weil dadurch kann man auch wirklich sich selbst markieren, wo man noch was zu machen hat. Also normalerweise schreibt man dann so Sachen auf wie To-Do und dann, ihr seht, es wird sogar bei mir farblich markiert, obwohl ich es noch nicht mal irgendwie habe. Das ist einfach so ein Magic Word. Das schreibt man sich immer so in den Kommentar rein und dann kann man hinten anschreiben, hier muss ich noch, keine Ahnung, irgendwas machen. Okay, und ja, ansonsten ist es sehr nützlich, wenn ihr irgendwie beschreiben wollt, was da gerade passiert, damit ihr euch nicht den kompletten Code, der in den nächsten 20 Zeilen oder sowas ist, der sehr, sehr kompliziert ist, dass ihr zum Beispiel den nicht mehr durchlesen müsst. Das ist auch sehr nützlich. Und was es dann tatsächlich auch noch gibt, ist eine Beschreibung von Funktionen oder von Klassen. Da gibt es dann auch komplette Dokumentationen, die über diese Kommentare zusammengebaut werden. Das heißt, wenn ihr irgendwo mal eine Webseite seht, wo die Dokumentation von eurer Programmiersprache beziehungsweise von eurem Programm veröffentlicht wird, dann ist es normalerweise automatisch generiert aus dem, was in den Kommentaren steht. Das heißt, hier schreibt man dann normalerweise sowas wie zum Beispiel Input in solchen Spitzenklammern und wenn man fertig ist damit, wieder Input. Und hier rein schreibt man jetzt normalerweise, was da reinkommt, also was man dafür machen muss, damit das jetzt richtig ausgeführt wird. Zum Beispiel braucht eine Konsole, weil wir ja nichts anderes hier gerade brauchen. Ihr werdet noch genauer sehen, was ich damit meine, wenn es um Funktionen geht. Das heißt, Kommentare sind nicht nur für euch gedacht, sondern auch wenn ihr im Team arbeitet, um eine Dokumentation zu erstellen oder irgendwie sonst was. Das ist wirklich extrem wichtig, dass ihr quasi überall, wo vielleicht auch nur was schief gehen könnte oder wo man vielleicht auch nur ein bisschen denken muss, dass ihr da einen Kommentar reinpackt, was das für euch ist. Das ist so wichtig, dass ich jetzt dem Ganzen sogar ein eigenes Video gewidmet habe, auch wenn es ein sehr kurzes Video wird und jetzt eigentlich schon zu Ende ist. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, ihr benutzt wirklich diese Kommentare. Es ist eine super Funktion und extrem wichtig, man unterschätzt es wirklich. Also ohne Scheiß, wenn ihr euch nach einem halben Jahr wieder in euren Code einarbeiten müsst, dann sind Kommentare das, was euch wirklich euer Projekt rettet, sozusagen. Gut, das war es von meiner Seite schon wieder. Nächstes Mal geht es wieder ein bisschen länger und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. 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 Ciao.